Bereits seit vergangener Woche ist die Hessen-SPD ja schon eifrig am Unterschriften sammeln. Jetzt ist auch die Bundes-SPD im Wahlkampf auf den Schäfer-Gümbel-Zug aufgesprungen. Deutschlandweit will die Partei die Menschen von nun an dazu bewegen, ihren Namen auf eine Liste gegen Steuerflucht, Steuererleichterungen und vor allem gegen jegliche Art der Amnestie für Steuersünder zu setzen. Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel machten es vor. Möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sollen folgen. Doch das war eher eine Randerscheinung auf der Sitzung der Bundes-SPD in Offenbach. Denn da, wo der Kanzlerkandidat ist, geht es natürlich immer auch um die ganz großen politischen Themen. Etwa um die Forderung von CSU-Chef Horst Seehofer nach der Einführung einer Pkw-Maut für Ausländer. Es gibt nur zwei Interpretationen. Entweder er weiß, dass dies gar nicht möglich ist, es sei denn, man führt eine Pkw-Maut auch für die Inländer ein. Dann wäre sein Vorstoß einer Pkw-Maut für Ausländer. Der Einstieg in eine Pkw-Maut für Inländer. Denn anders kriegt er es europarechtlich nicht hin vor dem Hintergrund des Diskriminierungsverbotes. Die Parteichefs haben das Wort und Thorsten Schäfer-Gümbel gut lachen, dass seine Anti-Steuer-Flucht-Unterschriften-Idee jetzt auch bundesweit Karriere machen soll. Apropos Steuern. Hier nochmal das Steuerkonzept der SPD in Kurzform. Wir werden mit unserem Steuerkonzept und mit der Bekämpfung von Steuerdumping und Steuerhinterziehung dafür sorgen, dass es erstens gerechter wird. Jeder Handwerksmeister in Offenbach hat höhere Steuersätze als Konzerne wie Apple und Google. 160 Milliarden Euro verliert die Bundesrepublik jedes Jahr durch diesen irrsinnenden Steuerwettbewerb in Europa. Und was den Wahlkampf generell angehe, so Peer Steinbrück, da setze man bei der SPD voll und ganz auf Inhalte, was man vor allem von der CDU und Kanzlerin Angela Merkel ja nicht gerade behaupten könne. Die Menschen sind an Inhalten interessiert. Sie fragen nach Politik. Sie fragen nicht nach Nebensächlichkeiten, sondern sie fragen, was ist mit der Pflege. Was ist in dieser Legislaturperiode passiert? Nichts. Sie fragen nach der Sicherung im Alter. Sie fragen nach einer fairen Bezahlung. Zunehmend fragen nicht nur im Ballungsgebiet diese Menschen nach bezahlbaren Wohnungen. Sie wollen auch, dass der ehrliche Steuerzahler nicht der Dumme ist. Schließlich sprach sich Peer Steinbrück auch noch gegen eine Militärintervention in Syrien aus. Ganz große Politik eben, die da heute in Offenbach zu erleben war.